Wenn wir den Ausdruck schwere Straftat hören oder Verbrechen, dann denken wir reflexhaft an ein schlimmes körperliches Vergehen, an Gewalt oder wenigstens vage an eine Zuwiderhandlung in außergewöhnlichen Ausmaßen. Eine schwere Straftat jedoch, egal welcher Begriff dafür nun vollauf juristisch korrekt ist, ein Verbrechen kann auch ein bloßes Verbaldelikt sein. Ich rede nicht von einer Beleidigung, nein, es geht um den Mein-Eid. Wer vor Gericht unter Eid etwas Unwahres in die Dokumentenwelt setzt, der muss mit Freiheitsentzug rechnen, mit einem Vorbestraftsein, dem Können im Falle des Ertappwerdens allen möglichen gewachsenen und vermeintlich gesicherten Pfründe und Privilegien entzogen werden, nur für seine Worte. So gesehen ist, relativ zum Akt als solchen, der Mein-Eid, also eine bewusste Falschaussage unter Eid, eines der schlimmsten Vergehen überhaupt. Und das ist auch richtig. Nicht selten sind solche Aussagen das hauptsächlich Belastende oder Entlastende, das zu einem Urteil führt. Eine kleine Flunkerei im Privatbereich. Das kommt in den besten Patchwork-Familien vor, auch im Geschäftsleben zu weilen, ja. Doch jeder mündige Mensch soll schon vor einer möglichen Lüge unter Eid die Klingen der Justiz über sich blitzen sehen. Sonst klappt der ganze Effekt nicht. Ein Thema mit besonderer bundesdeutscher Aktualität. Im Zuge der Vereidigung unserer neuen Bundesregierung wurde mal wieder vielfach darüber diskutiert, das und warum und welche und wie viele Abgeordnete auf den Gottesbezug verzichteten. Ich kann verstehen, wenn Menschen die zunehmende Anzahl an Politikern, welche ohne den Abschlusssatz »So war mir Gott helfe« auskommen, mit Missfallen zur Kenntnis nehmen. Jedoch, das wahrhaft Bemerkenswerte an einem Eid in der Politik ist für mich die juristische Relevanz dieses Eides, unabhängig vom Gottesbezug. Der Meineid eines Zivilisten führt zu brutaler Bestrafung. Welche Konsequenzen hat es, wenn ein Politiker seinen Eid bricht? Sie werden staunen. Gar keine. Ja, da passiert nix. Ein erzwungener Rücktritt vielleicht, okay. Aber keine strafrechtlichen Folgen. Denn es handelt sich bei dem, was Scholz und Co. jüngst wieder routiniert und fernsehfreundlich abgezogen haben, lediglich um einen symbolischen Akt. Nichts weiter. Dann kann man es auch ganz lassen, oder? Stellen Sie sich mal vor, ein der Lüge vor Gericht überführter Zeuge sagt zu seiner Entlastung, »Wie? Ich dachte, das mit dem Schwur wäre nur symbolisch.« Wissen Sie was? Von mir aus kann im Parlament grundsätzlich alles bleiben, wo und wie es ist. Nur der symbolische Akt des Eides sollte zu einem juristischen Akt werden. Wenn etwa ein vereideter Politiker wichtige Informationen, die Stabilität und Vertraulichkeit unseres Landes betreffend, an private Unternehmen oder gar an fremde Geheimdienste verhökert. Oder jetzt mal ein völlig aus der Berliner Luft gegriffenes Beispiel. Wenn ein Bauvorhaben aufgrund von politischer Fahrlässigkeit zeit- und kostentechnisch explodiert. Oder wenn ein Gesetzesbeschluss den Politiker selbst persönlich bereichert hat, anstatt das Wohl des Volkes zu mehren, und dann ein Jahr Freiheitsstrafe. Keine Altersvorsorge mehr. Nichts. Der Politiker kann ja nach seiner Haftentlassung ins Dschungelcamp gehen oder mit einer Buchveröffentlichung Geld verdienen. Und wer von den Grünen ist, muss das Buch nicht mal selbst geschrieben haben. Ende im Politgelände für jeden Eidbrecher. Ernsthaft. Apropos. Dass alle Grünen jetzt im Bundestag auf den Gottesbezug verzichtet haben, liegt nicht allein an deren Atheismus. Es liegt, so denke ich, vielmehr daran, dass sie a. gar keine Vorstellung davon haben, was mit Gott gemeint sein könnte, oder b. wenn sie doch noch zumindest eine vage Gottesvorstellung haben, sie sich dann für ein denkbares Verhör vom jüngsten Gericht noch eine kleine argumentative Hintertür offenhalten wollen nach dem Motto Ja, ich habe gelogen, aber nur auf der Erde, nicht vor Gott. Das sei jedem gegönnt. Doch eine Hintertür vor irdischen Gerichten, die sollte man für alle Politiker sichtbar schließen. Den Eid eines Politikers juristisch so handhaben wie den Eid eines ganz normalen Bürgers. Sicherheitshalber mit einer vorherigen juristischen Belehrung. Der Effekt wäre enorm. Was meinen Sie, was uns da schon alles potenziell an Schandtaten erspart geblieben wäre? Wie ist Ihre Meinung? Wegen der hochgefährlichen Gesamtlage und das meine ich nicht mal gänzlich ironisch, bin ich im Moment nicht so richtig auf Tour und habe mehr Zeit, als mir lieb ist. Darum werde ich diesmal all Ihre Kommentare unten mit einem freundlichen Kommentar meinerseits erwidern. Vielleicht nicht alle, aber sehr, sehr viele. Ey, ich schwöre, Alter. Ich schwöre, Alter.